Heute fing unser Tag an mit einer kleinen Busfahrt in einem Langbus. Total interessant, wie die Busfahrer hier diese engen Straßen zirkeln. Der Bus war auch recht voll. Jetzt geht's hoch zum Monte Pana. Der Bus hat uns in St. Christina ausgespuckt. Jetzt müssen wir erstmal die Talstation und unsere Seilbahn finden. Da oben ist ja schon wieder der Langkofel. Das ist unser Ziel heute. Da wollen wir ein bisschen drum herum laufen und ich sehe schönes Wetter da oben. Oh, niedliches Polizeiauto, was sie hier haben. Da kommt der Lift. Sehr schön. Und auf geht's. Was für ein schöner Ausblick auf St. Christina. Wäre dieser Baukran da nicht ein Weg, oder? Auch interessant, diese Bahn hier fährt mitten bei den Leuten durch den Garten. Das ist ja auch interessant. Oh, LKW. Das ist aber anstrengend hier in den Bergen. Also, Ankunft in der Mittelstation. Vor uns schon wieder Langkofel und Plattkofel. Das wiederholt sich jetzt immer. Wir suchen jetzt die nächste Aufstiegshilfe. Die ist da hinten. Dann nähern wir uns dem geplanten Rundweg. Oh ja. Fast vergessen. Dieser Ausblick da Richtung St. Christina und zur Stevia da oben. Und ganz links kann man von hier aus kaum sehen. Da waren wir auch so. Das war weit gekommen. Also bevor es jetzt richtig los geht, haben wir hier noch tatsächlich so eine Skisprungschanze gefunden. Hier wird auf Matten gesprungen. Auch mal interessant zuzugucken. Ja, Leonie hat gerade großes Lob für den Sprung bekommen. Das ist hier das Kindertraining heute. Und sehr, sehr anstrengend. Da hinten laufen sie. Jetzt müssen wir erstmal wieder berghoch kraxeln, um dann den nächsten Übungssprung zu machen. Wie schön. Hier gibt es ein Diorama dieser Region mit der Markierung, dessen wo wir gerade sind. Da hinten Klappkurve, Langkurve. Hier übrigens Sejeda. Da waren wir einen Tag. Interessant gemacht. Das war смylica. Ums. Hm. Ja ist cool. Mühlen. Wie ist ihr habt? Ja. Wong. Essen ist da! Das war so im Ausblick hier. Traum. So, jetzt gab es gerade Mittagessen hier auf der schönen Hütte. 2256 Meter. Unser Ziel aber ist deutlich weiter oben. 2685 Meter. Wir haben uns ja dazu entschlossen, dass wir jetzt hochlaufen wollen. Machen wir auch, ne? Ja, das machen wir jetzt. Und deswegen müssen wir langsam auch mal los, weil wir wollen ja auf jeden Fall wieder mit dieser spannenden Gondelbahn fahren. Weil wir so ein Talent dafür haben, die letzte Bahn zu verpassen, das darf uns heute nicht passieren. Los geht's! Vielleicht sind wir am finalen Anstieg. Da oben bis hoch. Uiuiui. Da werden wir bestimmt schon warten. Ganz schön zugig hier oben. Was gibt's da zu lachen? Ja, dein Witzchen ist witzig. Das ist egal, aber schau da hinten ins Tal. Diese großen Steine und Mondlandschaft hier. Das ist ein Traum. Das ist total einfach mal was anderes. Wir haben natürlich jetzt nicht so viel Ausblick in alle Richtungen. Aber man sieht, wie klein man ist im Vergleich zu den Bergen. Das ist auch schon sehr imposant. Geschafft. Du und Ideen jetzt heute. Jetzt sind wir oben und eigentlich haben wir eine ganz andere Tour geplant. Wir sind ja losgelaufen und wollten ein bisschen unten am Langhof hin und her flitzen. Und dann kam diese Scharte und wir haben uns irgendwie überlegt, das könnte spannend werden. Und wie so ein Magnet zieht einen ja so eine dumme Sparte überhaupt zum Berg an. Und dann sind wir da hochgelaufen. Wir müssen da einfach dann immer irgendwie hoch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, aber wenn man erstmal oben ist. Jetzt knapp 2700 Meter. Ich fühle schon, das ist richtig Genugtuung. Das hat richtig viel Spaß gemacht, hier hoch zu laufen. Das war anstrengend. Keine Frage, aber es ist schon eine andere Nummer, als wenn man hier mit so einem Sesselliften einfach nur hochfährt. Ja, also wir sind richtig stolz darauf, das geschafft zu haben. Tolle Tour. Sehr zu empfehlen und auch durchaus machbar. Absolut. Jetzt gucken wir uns an, was als nächstes auf uns wartet. Jetzt schauen wir mal, was morgen früh die Füße sind und die Knie. Die Knie vor allem. Ja, das war unsere Bergtour durch die Scharte, durch die Langkofel-Scharte dort oben. So ein paar mehr Infos und Details zur Tour gibt es in einem Extraclip auf unserem Kanal. Hat sich wirklich gelohnt. War eine richtig, richtig tolle Runde, die wir gemacht haben, obwohl es eigentlich anders geplant war. Und dann noch als Abschluss hier wieder mit diesem superschönen Sessellifte. Jetzt geht es mit dem Bus wieder heimwärts. Unser letzter Dach in den Dolomiten. Heute geht es zum nächsten Mal mit der Giampanoi-Bahn auf dem Berg. Das Arbeiten hier am Hang scheint wirklich mühsam. Alles Handarbeit. Größtenteils. Jetzt sind wir oben. 2.254 Meter. Erstmal raus, Überblick verschaffen. Der Langkofel auch heute in den Wolken. Ach, das bestätigt nur unsere richtige Entscheidung nach gestern durch diese Scharte gewandert zu sein. So, da geht es runter. Schlern da hinten im Blick. Da unten ist St. Ulrich. Auf der anderen Seite die Seychee da. Irgendwo da befindet sich doch gleich ein schöner Weg, um hier von diesem Plateau runter zu flitzen. Heute wollen wir nicht so viel laufen, aber ein bisschen mit dem Lift fahren. Jetzt sitzen wir gerade in so einem Sessellift hier. Wir haben hier noch diese Grödental-Karte. Damit kann man umsonst quasi alle Lüfte benutzen. Und das ist schon eine feine Sache. Man kann hier quasi von einem Lift zum nächsten hopsen und eine ganze Menge Buckel fahren. Und natürlich auch ein bisschen laufen. Es ist nicht so, dass wir nur Lüfte fahren. Die Karte heißt Gardena-Karte. Gardena-Karte, stimmt. Gardena heißt ja auch grün. Das Wetter müssen wir heute ein bisschen im Auge behalten. Das ist ganz komisches Licht. Die Sonnenbrille mal draufsetzen. Das ist echt guck. Weil es ist irgendwie sehr bedeckt. Und man sagte uns gerade, gegen 14.30 Uhr soll das hier Regen geben. Das heißt, unser Zeitfenster ist äußerst knapp. Also immer auf die Wolken gucken. Weil, haben wir gelernt, Regenradar ist nur die halbe Meter. Wie sagte man mal, als wir in Norwegen mal im Urlaub waren. Da sagte uns jemand, Wetterbericht braucht man nicht. Man muss einfach raus gucken. Dann siehst du auch, wie das Wetter wird. Ja, und guck doch jetzt an. Die Wolken sind schon echt dunkel geworden. Das passt hier auch ganz gut in den Bergen. Der Abstieg ins Tal beginnt erstmal damit, dass man von dem Champion Neu runter muss. So einen schönen Pfad. Und dann auf der anderen Seite ein Stück am Langhof entlang. Und dann Richtung Monte Bana. Gestern war ja noch der Rheinstuft-Volksauflauf. Heute ist es deutlich leerer im Schraubahn. Weg doch sehr, sehr klein vor unserer gewaltigen Felswand. Na auf, runter hier. Ganz wunderbar. Hier geht es in ordentlichen Serpentinen runter. Hier ist so ein schönes Felsenmeer. Super interessant hier. Wenig Betrieb heute. Lieg vor dem Wetter. Oh, Abzweig? Ne. Jetzt schon wieder zurück. Das wäre viel zu schade. Hier geht es ein bisschen geradeaus. Und ja, unter diesem schönen Langkofel vorbei. Ist auch ein schöner Steig. Das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Kannst du glauben. Ein richtig schöner Wasserfall. Hm, ist ja mal nett. Und da geht auch der Pfad weiter. Schön markiert. Erst ein kleiner Wasserfall. Dann eine schöne Herde glücklicher Almpür. Bergwildöl pur. Ist auf die dunklen Wolken da hinten. Das muss ja nicht nichts sein. Sehr schöner Weg hier. Aber das Wasser aus dem Wasserfall, das muss irgendwo schon wieder im Chaosgestein versickert sein. Hier ist gar nichts mehr im Bach. Naja, wird unten wahrscheinlich als Quelle irgendwo wieder rauskommen. Aha, da haben wir das Wasser wieder. Hier tritt es wieder aus dem Berg. Von dort kommt auch noch was. Und schon sprudelt dieser kleine Fuß hier wieder. Der Blick auf die Monte Bana. Hochebene oder eine Alm. Da gibt es Hotels. Da gibt es eine ganze Menge zu erleben. Ist ein bisschen freizeitorientiert alles dort. Da sind wir gestern schon mal vorbeigeschossen mit dem Sessellift. Als wir Richtung Langkurvescharte zuerst einmal die Aufstiegshilfe genommen haben, um grob in die Richtung zu kommen. Oh, hier noch ein bisschen Sumpf. Einen schönen Holzsteg, der uns da rüber führt. Die Monte Bana. Riesengroßer Spielplatz. Eben gab es schon einen richtig dollen Wasserspielplatz. Ponyreiten gibt es hier. Mini-Golf da unten. Dann noch diese kleinen Sproschanzen, die wir uns einen Tag geguckt haben. Und so ein paar Verrückte, die sich hier an so einem Seil den Berg runter schießen lassen. Ja, und schön viel Heu. Gutes Wetter. Der Regen ist noch ein bisschen weiter weg. Und jetzt gilt es zu überlegen, die Runde noch ein bisschen auszuweiten. Oder mit der Seilbahn wieder runter zu fahren ins Tal. Schwierige Entscheidung. Bevor es jetzt ins Tal geht, geht es doch noch einmal wieder hoch auf die Bergstation mit dem Lift. Naja, wir haben diese Karten, die uns umsonst mit der Seilbahn fahren lassen. Und dann kann man das auch einfach ausnutzen. Kleine Pause machen, bisschen in den Lift sitzen. Oh, da kommt es so verrückter geflogen. Holla, der ist aber schnell. Ja, wie gesagt. Dann machen wir jetzt Pause. Setzen noch einen schönen Sessellift. Einmal hochfahren. Ausblick genießen. Wanderung fortsetzen. Wanderung fortsetzen. Das ist der Plan. Der schreit aber gewaltig da oben an dem Seil. Mann, das ist ganz schön schnell, was die da machen. In St. Christina. Da unten kommt unsere Bahn irgendwo an. Der Regen ist noch ziemlich weit weg. Ja, ich denke, da kann man ruhig noch ein Stück Talweg Richtung St. Ulrich laufen. Da müssen wir unten irgendwo direkt am Fluss verlaufen. Na ja, erstmal ankommen. Der Talwanderweg ist wirklich schön. Oh, kleiner Anstieg da drüben. Na ja, den kriegen wir auch gerade noch so bewältigt heute. Aber hier im Wasser, ganz hervorragend. Oh, wo kommen da jetzt die Wolken her? Ganz so aus, als regnet das da hinten. Na, da wollen wir mal Zahn zulegen hier. Der Talweg ist super ausgesildert. Manchmal läuft man erst auf so eine privat anmutende Einfahrt zu. Traut sich gar nicht weiter zu gehen. Und dann geht auf einmal doch so ein kleiner Pfad daneben her. Ah, da oben ist ein Fahrradweg, sehe ich noch. Und die Straße verläuft weiter hoch. Interessant. Packers, frisch geschoren. Das sind doch ja ein paar warme Decken. Nachdem wir unsere Wanderung heute Vormittag Richtung St. Ulrich, ja, kurz vor St. Ulrich, haben abbrechen müssen wegen zu viel Regen- und Gewittergefahr. Ne, es hat doch wirklich gerechnet. Da gibt es jetzt noch so einen kleinen Abendspaziergang rund um Wolkenstein. Das Wetter hat sich wieder beruhigt. Und zwar droht noch ein bisschen Regen, aber das Risiko ist überschaubar. Also nochmal eine schöne Runde ums Dorf. Erstmal geht es Richtung Langental. Die Kulisse ist hier einfach wunderbar. Große Felsen, schöne Abendsonne, gepflegte Häuser in den Hanglagen. Einfach schön anzuschauen. Ein kleiner Nachtrag noch zum öffentlichen Personennahverkehr hier im Grötnertal. Der hat uns heute Nachmittag auch gerettet vor dem Regen. Denn wenn man hier übernachtet, bekommt man eine Gästekarte, mit der man für umsonst sämtliche Buslinien benutzen darf. Die Busse hier fahren so zwischen 10 Minuten und 20 Minuten Takt. Also sehr, sehr oft. Und das macht es natürlich einfacher, wenn man unterwegs ist beim Wandern. Man muss nur gucken, dass Start- und Endpunkt immer eine Bushaltestelle haben. Also muss Start- und Endpunkt nicht immer die gleiche geografische Position sein, sondern nur eine Position in der Nähe einer Bushaltestelle. Das Langtal liegt schon fast komplett im Schatten. Das geht dem Rest des Talbruns leider auch so, weil es abends schon relativ früh schattig ist. Ach guck, was haben wir hier? Interessanter Barfußfahrt. Und zwar ziemlich lang. Voila. Da hat man ein bisschen was zu tun, bis man hier quer durch ist durch dieses kleine Wäldchen. Da haben wir also die Silvesterkapelle. Das Langtal zählt übrigens zum UNESCO-Welterbe. Tür ist offen. Und nochmal reingucken. Aha. Schönen kleinen Zulauf eines kleinen Baches vom Berg gibt es hier noch und etwas zum Wasser nachfüllen, wenn es besonders heiß ist. Für uns trifft das jetzt nicht zu. Wir haben noch genug. Jetzt geht es da vorne gleich mal in den Wald und auf die Gegenseite von Wolkenstein. Dann spart man sich den steilen Anstieg darauf und hat hoffentlich auch noch eine schöne Aussicht. Hier gab es gerade so einen kleinen Aufstieg zur Ruine Wolkenstein. Aber nach einem recht steilen Anstieg ist der Weg verbarrikadiert kurz vor der Ruine. Wie ärgerlich. Und dahinter deutliche Spuren von Felsabbrüchen. Also besser nicht da hoch laufen. Ja, schade. Lohnt sich nicht diesen Abzeug zu nehmen. Und wenn man den Weg schon verbarrikadiert, dann hätte man auch hier unten an diesem Abzweig direkt so einen kleinen Hinweis befestigen können. Moment geschlossen oder ähnliches. Da hätte man sich diese Hochkletterei auch sparen können. Und während dem Tal schon seit einiger Zeit keine Sonne mehr ist, leuchten die Gipfel da oben umso gewaltiger. Langkofel, Zellergruppe in der Abendsonne. Das ist schon eine starke Aussicht hier. Da muss man echt aufpassen, wo man hinläuft hier vor lauter Glotzen. Nach unten, nach oben. Dass man nicht vom Weg abkommt. Oh. Bank. Mega schönen Ausblick. Kurz Pause machen. Dann geht es zurück zur Pension. Mit diesem schönen Blick auf den Schlern und die Seiseralmen dort hinten. Und natürlich den Langkofel dort oben. Den Baukran hier neben uns. Endet unser Urlaub jetzt in den Dolomiten leider schon. Wir haben eine ganze Menge gesehen. Wir haben super schöne Touren gemacht. Aber es gibt noch unzählige weitere Möglichkeiten hier zum Wandern. zum Berge erleben und so weiter. Das rechtfertigt auf jeden Fall noch einen weiteren Besuch hier. Vielen Dank erstmal fürs Zugucken. Vielen Dank. Vielen Dank.